Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zum kleinen Video begrüßen und wir werfen heute einen Blick auf die überarbeitete S&T T21 bzw. Tar 21. Das Ding da. So, ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Die ein oder anderen feiern die Knüfte hart, ist ein Bullpup-System, die anderen denken sich, boah, hoffentlich legt sie keine Eier. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Das soll aber natürlich nicht Bestandteil dieses Videos sein oder wird nicht in dieses Video mit einfließen. So, dann wie gerade schon angesprochen, ist ein Bullpup-System für Neueinsteiger. Die gesamte Gearbox sitzt einmal hier hinten drin und dementsprechend habt ihr eine relativ kompakte Knüfte, aber einen langen Lauf, was bei anderen Systemen eben nicht der Fall ist. Also hier wie zum Beispiel bei der P90, bei der Pharma oder sowas ein Bullpup-System. So, ebenfalls nicht wundern, bei der Demontage werdet ihr zwei Dinge vorfinden, die ich leider jetzt noch mal überarbeiten musste. Bedeutet, ich hatte viele Aufnahmen eigentlich schon fertig, auch die ganzen Internals, musste aber jetzt noch mal drei Aufnahmen noch mal neu machen, denn das Modell wurde von Begadi direkt nach fünf, sechs Tagen einmal aktualisiert. Bedeutet, die rote Nossel, die ihr später bei der Demontage seht, diese ist nicht mehr drin verbaut. Jetzt ist eine Begadi drin verbaut mit einer 20, 3,5. Also Begadi tauscht automatisch die Nossel aus und auch hat Begadi jetzt das EBB-System deaktiviert. Bedeutet, die erste Version, die ich bekommen habe, war noch mit aktiviertem EBB-System. Das funktioniert aber vermutlich mit dem EFCS und mit dem Super High Torque und mit dem 11.1er nicht ganz so cool. Bedeutet, man hat ein relativ schnelles System und ich gehe einfach davon aus, dass das EBB-System dafür nicht vorgesehen ist oder vielleicht gab es da irgendwie Verschleiß oder Probleme. Also wie gesagt, standardmäßig kommen die Knüfte ohne EBB-System. Die Aufnahmen, wie gesagt, habe ich noch mal nachgefilmt. Also Leute, T21, schauen wir uns das Ding im Detail an und ich wünsche euch immer viel Spaß. Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal wieder mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, Lieferumfang im Karton enthalten. So ein kleiner Beipackzettel, kürze Gebrauchsanweisung ist in Ordnung für Einsteiger, mal kurz durchblättern. Es wird fast alles Relevante drin erklärt, aber Magazinbefüllen ist fehlerhaft. Hier wird ein High Cap erklärt. Es sind aber zwei Stahlblech mit Caps enthalten und auch auf das Federschnellwechselsystem wird hier nicht drauf eingegangen. Das zeige ich euch dann später einmal im Detail. Ansonsten Akku einlegen, wie gesagt, wird kurz drin erklärt. Ist in Ordnung. Dann nochmal ein Chrono-Protokoll, seitens Begadi lag bei mir bei. Da wurden 10 Schuss gekront, Minimum 1,46, Maximum 1,47 Joule. Das ist auch in Ordnung. Werden wir später natürlich nachkontrollieren. Handelsüblicher Speedloader für die beiden Mid-Caps eben. Dann die Knüfte selbst. Und hier haben wir jetzt eben die Carbine-Version und die gibt es entweder in Standard-Schwarz oder in diesem OD, wie ihr auf dem Tisch seht. Ob diese anderen Modelle, diese Flat-Top heißt die, glaube ich, ob es die auch noch als geupdatete Version geben wird. Das weiß ich leider nicht. So, letzter Punkt. Es ist ein Laufreinigungsstab auch dabei. Super Sach. Der ist aber zu kurz. Bedeutet, S&T packt ihr einen Reinigungsstab bei mit einer Länge von 350 mm für einen Innenlauf von 415 mm. Bedeutet, der langt euch gar nicht aus. Da kommt er gar nicht bis ganz hinten rein. Also der ist zu kurz. Den könnt ihr einfach nur wegschmeißen oder für irgendeine kompaktere Kniffte einmal verwenden. Von der technischen Seite braucht man, glaube ich, nichts großartig durchsprechen. Nur eben aufpassen, wie vorhin in der Tabelle gerade schon gesehen. Aufpassen. Kein Standard 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, genauso wie bei Ares, wenn ihr jetzt hier einen Tracer montieren wollt oder Schalldämpferattrappe, benötigt ihr hier ein 14 mm Rechtsgewinde. Also 14 mm CW clockwise. Standard Schalldämpfer mit 14 CCW passen hier nicht drauf. Und wie schon angesprochen, eben Bullpup-System. Innenlauf 415 mm mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. So, Begadi gibt sie mit 1,4 bis 1,5 Joule an. Ich habe sie für euch nachgekronen. 0,2 und 0,3 Gramm. So, Begadi gibt sie mit 2,5 Joule an. Ich habe sie für euch nachgekronen. So, Begadi wird sie mit 5,4 Joule an. Ich habe sie mit 1,5 Joule an. Ich habe sie für euch nachgekronen. Das war's. Somit haken wir einmal Chrono und Schusstest ab. Chrono-Test, brauchen wir nichts drüber schwätzen, vollkommen in Ordnung. Abdichtung ist relativ konstant, keine riesen Ausreise drin, keine riesen Schwankungen drin. Und auch vom Volumen haben wir hier ein Verhältnis von 2,2 bzw. 2,3 zu 1. Bedeutet auch für 0,32g, 0,36g BB einmal ausgelegt. So, und das ist auch wichtig, wenn wir über das Thema Hop-Up sprechen. Denn auch hier verbaut Begadi wieder ihr Fly 5 in 60 Shore mit einem 5mm Tensioner. So, und das ist zunächst mal gut. Aber das Hop-Up-System selbst oder die Hop-Up-Kammer selbst ist doch relativ veraltet, muss man sagen. Bedeutet, ihr könnt Hop-Up einstellen über einen funktionstüchtigen Spannhebel, einfach zurückziehen. Dann bleibt einmal das Verschlussfenster hinten, bleibt einmal hinten, wird also gelockt. Und dann kommt ihr hier innen rein an die Hop-Up-Kammer ran. So, und da ist innen drin, ist immer noch dieses alte Rädchensystem, was ihr von früher noch kennt. Also keine Rotary, sondern die Rädchen seitlich dran. Und das läuft so brutal schwergängig, dass ihr euch echt mit dem Finger plagt, hier mehr oder weniger Hop einmal einzustellen. Also da muss man wirklich relativ stark dran drehen. Und auch dann der nächste Punkt wieder. Ich denke mal, aufgrund der Kombination ist auch dieses Modell nicht wirklich für leichte BBs geeignet. Also kommt nicht auf die Idee, wieder 0,2 oder 0,25g zu verwenden, denn die fliegen euch sehr stark nach oben weg. Also ihr bekommt ein sehr schnelles Überhoppen drauf. Dementsprechend am besten 0,3 oder 0,32g und es langt eben auch vom Volumen einmal locker aus. Wie gesagt, 2,2 oder 2,3 zu 1. Also Hop-Up-Kammer werde ich vermutlich heute auch einmal im Review ein bisschen kritisieren. Leider ein bisschen in die Jahrregel kommen und leider auch zu nichts anderem kompatibel. Bedeutet, man kann jetzt gar nicht hergehen und kann jetzt irgendwie mal hergehen und sagen, wir machen uns eine Max rein, wir machen uns eine Neptun rein. Das funktioniert einfach nicht, denn die Hop-Up-Kammer ist leider sehr, sehr speziell. Also da ist es wünschenswert, wenn man schon so ein Exot hat, dass es vielleicht irgendwann mal von einem Dritthersteller irgendwie eine andere Hop-Up-Kammer gibt. Wie gesagt, ein kleines bisschen schade, ein bisschen veraltet. So, dann können wir gleich weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich drehe sie euch zunächst mal wieder ein kleines bisschen ins Licht rein. So, hier könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, ist ein Bullpup-System vom Design her oder vom Style, Geschmackssache ist jedem selbst überlassen. Von der Haptik oder wie sie im Anschlag drin liegt, ist es in Ordnung, muss ich sagen. Sie fühlt sich nicht falsch oder schlecht oder so an, aber ich finde, sie ist einfach ein bisschen, für meinen Geschmack ist sie einfach zu bullig. Gerade hier vorne, wenn man da mal hinguckt, gut, vielleicht Handgröße beachten. Aber sie wirkt einfach so ein richtig, ja so wulstig einfach in der Hand. Da bevorzuge ich einfach ein bisschen schlankere Kniften. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. So, einen wichtigen Punkt müssen wir noch kurz ansprechen. Thema Schusstest, habt ihr gesehen, habe ich mit dem LPVO gemacht. Musste ich aber hier oben einen Riser noch zwischenmontieren, beziehungsweise eine kleine Pickrail-Erhöhung, damit ich hier mit meinem LPVO einmal sauber draufkomme. Denn ihr seht, das Modell hat hier hinten ebenfalls einmal aufklappbare Lochkämme. Und selbst wenn ihr die nicht aufklappt, habt ihr hier eben so einen kleinen Versatz drin. Und dadurch braucht ihr relativ hohe Montagen. Bedeutet auch, wenn ihr einen Rotpunkt wollt, zum Beispiel EO, UH1, die passen problemlos drauf oder ein LCO oder sowas. Aber wenn ihr einen T1 oder T2 verwenden wollt, schaut, dass ihr eben eine hohe Mount nehmt oder eine hohe Montage, damit ihr hier eben einmal drüber kommt. So, dann Gewinde, habe ich euch vorhin schon angesprochen. Deswegen leider Rechtsgewinde, wie bei Ares zum Beispiel und dementsprechend bei Schalldämpferattrappen oder Tracer wieder etwas aufpassen. So, und jetzt möchte ich euch noch einen Punkt zeigen. Sprechen wir später oder zeige ich euch bei der Verarbeitungsqualität nochmal im Detail. Dementsprechend jetzt nur mal ganz kurz. Die gesamte Pickrail und der gesamte obere Block hier letztendlich wird nur in den Receiver über Nut- und Federsystem von vorne einmal reingeschoben. Und es ist von der Passgenauigkeit im vorderen Bereich bei den Führungen ist es hervorragend. Bedeutet hier, null Spiel einmal drin. Aber hier hinten wird das Ganze eben im Receiver nicht mehr geführt und nicht mehr verschraubt. Bedeutet, wenn ihr das ganze Teil hier oben mal ein bisschen hin und her wackelt, habt ihr in der ganzen oberen Abdeckung circa einen Millimeter oder 1,5 vielleicht minimals ein ganz kleines bisschen Luft drin. Also hier, Passgenauigkeit hätte hier ein kleines bisschen straffer oder passgenauer sein können. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal ganz kurz im Detail an. Was mir ebenfalls ein kleines bisschen fehlt oder vielleicht kenne ich mich einfach mit dem Modell nicht aus. Aufnahme-Trageriemen. Wir haben zwar hier unten hinten am Schaft haben wir so einen fetten Durchgang, da ist so eine Stahlhülse unten drin, die ist durchgängig. Da könnte man gegebenenfalls irgendwas reinstopfen, aber QD ist das Ganze nicht. Auch im vorderen Bereich habe ich nichts gefunden, wie man hier irgendwie ein Trageriemen an dem Modelleimer befestigt. Wie gesagt, ich habe mich nie mit einer T21 beschäftigt. Wenn ihr da mehr wisst, wie man hier einen Riemen befestigt, gerne mal Kommentarfeld nutzen. Gut Leute, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich mal Thema Akku, Platz und Klangbild an. Akku einlegen ist an sich recht angenehm, muss man sagen. Es ist ja benutzerfreundlich konstruiert, bedeutet, Akku wird hier vorne unten am Handschutz einmal eingelegt. Habt ihr vom Schützen aus auf der linken Seite so einen fetten Knopf einmal, den drückt ihr kräftig rein und dann könnt ihr, wenn ihr ein bisschen Schmack ist, könnt ihr die ganze Abdeckung einfach abziehen. Wie gesagt, sitzt wunderbar dran und dann habt ihr hier unten den gesamten Raum letztendlich für euren Akku und der geht sogar nach hinten noch weiter rein. So, Akkus habe ich probiert. Begadi gibt sogar Akkus als passend an, die ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde. Beispiel, bei Begadi in der Beschreibung steht ganz oben drin diese hier. Das ist ein Superio, 1500 mAh als Single-Stick zum Beispiel. So, und der passt perfekt für diese ganzen AR-15 Buffer-Tubes zum Beispiel. Und ja, der würde hier unten, würde der auch problemlos einmal reinpassen. Aber wo soll ich denn bitte schön meinen T-Stecker hinpopeln oder meinen DIN-Stecker? Also hier, wie gesagt, da habe ich mich ein kleines bisschen damit geplagt. Da muss man die Kabel sehr stark rumbiegen und dann drücken und pressen. Finde ich also nicht ganz so gut. Würde ich als nicht passend deklarieren. So, was ein bisschen besser passt, das ist der gleiche Akku, wie gerade der gesehen, aber das Ganze als Triple-Stick. So, und der nennt sich eben Superio 1500 mAh. Das ist ein Regular Triple-Stick, also die lange Version. So, und hier habt ihr eben den Vorteil durch diese drei Zellen, dass ihr mit dem Stecker und mit der Größe ein kleines bisschen arbeiten könnt. Und seht ihr, da müsst ihr zwar auch den T-Stecker ein kleines bisschen rumpobeln, aber der passt da sauber rein. Also hier ein bisschen komfortabler, eben 1500 Regular Triple-Stick. Und wenn ihr es noch einfacher haben wollt, ohne irgendwas reinzupobeln, dann nehmt ihr einen Triple-Stick, 1500 mAh, also wie die anderen beiden auch, aber als Compact Triple-Stick. Den kennt ihr, den habe ich mir extra für die Double Eagle gekauft hinten. Und der passt da wunderbar rein. Bedeutet, wir nehmen alle drei Zellen, popeln uns die einfach da unten einfach rein, zack, machen hier einmal unseren Stecker dran, den drehen wir am besten mal in die Richtung, wenn diese Kabel nicht so störrisch wären. So, und dann stecken wir das Ganze ein, popeln das Ganze einfach runter, drücken es ein bisschen runter, Balancer stopfen wir uns noch hinterher. So, und dann ist das Ding da unten einmal sauber drin. Und selbst wenn die Kabel hier oder die Balancer hier ein bisschen rauskommen, ist egal, denn ihr habt auch im Handschutz unten, habt ihr ebenfalls noch ein bisschen Platz. Also da müsst ihr euch nicht verkünsteln oder sowas. So, Akku eingelegt, dann nehmt ihr einfach diese Abdeckung und popelt diese wieder einmal drauf. So, und dann liegt der Akku da einmal sauber drin. So, Akku und Mumpeln sind drin, sind 0,2 Gramm, denn sonst wird es langsam zu teuer. Also 0,2 Gramm mit dem 11,1er. So, jetzt werdet ihr dann gleich hören, das Klangbild an sich ist okay, aber ihr habt hier natürlich einen gesamten Kunststoff-Receiver, der innen drin auch sehr viele Hohlräume hat. Bedeutet, gerade neben der Gearbox, da könnt ihr locker problemlos, sage ich mal, ein Zentimeter Schaumstoff links und rechts neben die Gearbox einmal reinstopfen. Und das würde ich euch auch empfehlen, denn standardmäßig nehmt ihr einfach, oder ihr hört es einfach raus, dass es eine Kunststoffknifte ist. Wie gesagt, der gesamte Klang, der Aufprall, die Gears, alles überträgt sich einfach in diese Hohlräume, in den Schaft hinten rein und dadurch hört sich das Modell natürlich nicht so schön an, wie eine AR-15, eine sauber laufende oder sowas beim Alureceiver. Wie gesagt, kleiner Tipp, daher hier eben kein EBB-System mehr drin ist, also keine beweglichen Teile mehr, können wir letztendlich von hinten, letztendlich den gesamten Schaft, alles ausstopfen mit ein bisschen Schaumstoff oder Bauschauben. Nee, Spaß beiseite, wie gesagt, ein bisschen Schaumstoff nehmen, die ganzen Hohlräume ein bisschen zustopfen, damit das ganze System vielleicht ein bisschen dumpfer wird und ihr den Klang oder den Kunststoff nicht so auch wahrnehmt. Also mich persönlich stört sowas. Aber wie gesagt, das ist auch wieder Geschmackssache, je nachdem, ob es euch stört oder eben nicht stört. So, und der nächste Punkt ist der Abzug. Auch dieser war standardmäßig, empfand ich diesen als sehr undefiniert. Das bedeutet, ja, es ist ein Bullpup, bedeutet vom gesamten Aufbau her habt ihr vom Abzug vorne eine ewig lange Abzugstange bis hinter zur Gearbox, dann über den Umlenkhebel zum nächsten Umlenkhebel zum Mikrotaster. So, und jetzt hat man aber nicht nur standardmäßig einen sehr langen Abzug gehabt, bedeutet der Mikrotaster oder der Schuss ist das sehr, sehr weit hinten gekommen, sondern standardmäßig empfand ich auch, dass der Schuss immer ein bisschen unterschiedlich kommt. Also mal 8mm, mal 10mm, mal 11, mal 7, über so ein bisschen, so 4mm ein bisschen Luft drin gehabt, empfand ich zumindest so. Denn in der Abzugstange ist ein bisschen Spiel drin und in diesem Hebelchen da hinten ist auch ein bisschen Spiel drin. Bedeutet, ich konnte nicht genau sagen, ich ziehe jetzt gefühlt 8mm und sage ich mal, bei 10 kommt dann der Schuss. Hat nicht funktioniert. Also mal auf einmal, wupp, warum bricht der schon, dann gezogen, gezogen, was ist denn jetzt, nochmal ein bisschen gezogen, dann bricht er auf einmal. Also hier dieses gesamte Abzugssystem werde ich heute auch im Fazit einmal als Neutralpunkt geben. Ebenfalls habe ich mir hier letzte Woche schon ein paar Gedanken gemacht und werde ich euch bei den Internen zeigen, wie ihr, wenn ihr ein bisschen basteln könnt und wollt, wie ihr vielleicht den Abzug ein bisschen schöner hinbekommt. Denn meiner kommt jetzt eben deutlich früher und ist auch deutlich definierter. Wie gesagt, schauen wir uns dann später an. Also Klangbild 11.1er, Akku ist nicht mehr ganz voll, müssten ungefähr noch 12,6 ist voll, vielleicht noch 12 Volt drin haben. Habe ich beim Schusstest dabei gehabt. Also hören wir uns das Ding mal an und klangen wieder direkt übers Richtmikrofon. Ach, schon leer. Oh, da habe ich ja wenig Mumpeln rein. So, ich hoffe dennoch, ihr habt es ein bisschen hören können. Wie gesagt, waren nur 0,2 Gramm. Der Klang an sich ist in Ordnung. Die Gearbox an sich, die Gears nimmt man ein ganz, ganz kleines bisschen wahr. Das haben wir aber auch schon schlechter gehört. Aber ansonsten habt ihr halt, ja, das ganze Scheppern da hinten drin. Und das ist halt wirklich, das ist halt genau am Ohr. Ihr habt genau hier die Gearbox. Und das ist das, was mich teilweise bei Bullpups immer ein kleines bisschen stört. Wie gesagt, könnt ihr vielleicht ein bisschen optimieren, indem ihr einfach alles mit ein bisschen Schaumstoff einmal auskleidet innen drin. Bevor wir uns dann gleich Magazin und Kompatibilität anschauen, kurz noch Thema Federschnellwechselsystem. Denn natürlich auch dieses TAR-1.20 Modell hat ein unheimlich benutzerfreundliches und leicht zu erreichendes Federschnellwechselsystem. Und dementsprechend die Waffe ist sehr flexibel einsetzbar. Ihr könnt sie drosseln auf 1 Joule, je nach Spielfeld, oder ihr könnt, sage ich mal, hoch bis maximal 1,9. Es ist alles problemlos möglich aufgrund des Systems und aufgrund des Federschnellwechselsystems. Bei 1,9 Joule würde ich gegebenenfalls einen etwas besseren Zylinderhead verwenden. Das zeige ich euch später bei den Internals. So, Feder wechseln, ganz easy. Ihr braucht ein bisschen Werkzeug, Schlitzschraubendreher, einen relativ großen und einen Inburschlüssel. Und dann habt ihr hier hinten einmal so einen fetten Pin oben drin im Schaft. Den drückt ihr einmal kräftig raus oder ihr hebelt ihn raus, je nachdem, wie der rankommt. Der sitzt sehr gut drin. Stahlpin einmal raus und dann könnt ihr ganz einfach die Schaftkappe aufklappen. So, seht ihr da hinten bereits einmal im Motor und über dem Motor, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, wenn ich Licht reinbekomme, und über dem Motor habt ihr direkt einmal die Konterschraube oder die Sicherungsschraube für den Spring Guide, bedeutet Schlitzschraubendreher, Konterschraube lösen und dann kommt ihr eben direkt mit einem Inbus an den Spring Guide ran. Reindrücken, drehen, nach hinten raus, neue Feder rein, alles wieder zusammen klatschen, Deckel drauf oder Schaftkappe drauf, Pin rein und fertig. Habt ihr, wie gesagt, habt ihr in zwei, drei Minuten, habt ihr hier eine andere Feder drin und das Modell entsprechend auf euer Spielfeld einmal eingestellt. Dann sprechen wir auch heute wieder ganz kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität. Im Lieferumfang habt ihr gesehen, es sind zwei S&T-Standards dabei oder Standard Midcap-Magazine, 140 Schuss Stahlblech. Also außenrum komplett Stahlblech, innen drin ABS-Plastik wie bei den meisten. So, zwei Stück sind dabei und die funktionieren wirklich klasse. Sitzen im Magazinschacht, sauber drin, haben zwar links, rechts, überall minimals ein bisschen Luft, aber lösen sich auch problemlos. Bedeutet, ihr müsst nicht dran ziehen, ihr müsst nicht dran noddeln oder sowas. Passen wunderbar und feeden hervorragend. Bis 0,32 Gramm habe ich jetzt einmal getestet. Ob die allerdings mit schweren BBs zurechtkommen, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. So, dann habe ich weitere Magazine probiert. Die sitzen alle im Magazinschacht ebenfalls sehr gut drin, haben also nicht zu wenig und nicht zu viel Spiel und feeden ebenfalls. Da hätten wir zunächst mal Standard Syma Midcap-Magazine, die sind von der Qualität fast vergleichbar. Nur was mir hier besser gefällt bei S&T, was ich bei Syma immer ein bisschen nicht ganz so toll finde. Ihr seht das ABS, oder ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber der ABS-Kunststoff, das Inlay, das klafft hier oben teilweise ein bisschen auseinander. Gerade wenn ihr da mal 150 BBs reingeknallt habt in das Ding, dann geht der Kunststoff und drückt den Kunststoff richtig krass auseinander. Aber wie gesagt, wenn ihr unbedingt andere braucht, vielleicht nicht unbedingt Syma, nehmt halt solche oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert auch Syma. Dann ebenfalls Lonex Midcap-Magazin funktioniert tadellos. SPTS EPM-Magazin, 150 ist alte noch, funktioniert tadellos. Ebenfalls Arcturus, tadellos, Syma P-Magazin, ebenfalls tadellos und auch ein E&L Standard Stahlblechen-Magazin funktioniert ebenfalls tadellos. So, diese drei Magazine funktionieren leider nicht so gut. Das ist einmal von G&G das Tinted-Magazin. Das sitzt erstens mal sehr, sehr straff im Magazinschacht drin. Da müsst ihr also ein bisschen noddeln und drücken und auch feedet es nicht so gut wie die anderen hier. Wie gesagt, würde ich nicht empfehlen G&G. Okay, und was ebenfalls nur sehr, sehr straff reingeht und ihr auch wieder drücken und knellen müsst, das ist E&C, so ein P-Mag-Klon. Auch dieses, wie gesagt, passt wirklich nicht gut und würde ich auch definitiv nicht empfehlen. So, ein Magazin, das feedet zwar, aber das klappert und schwabbelt wie ein Hund sein Schwanz. Das ist so ein Airsoft Systems Magazin. Würde ich auch nicht empfehlen. Wie gesagt, es funktioniert, wenn ihr schon welche habt, aber das wackelt da locker, keine Ahnung, 5-6 Millimeter hinten herum, klappert, scheppert. Finde ich nicht gut, würde ich auch definitiv nicht empfehlen. Aber ansonsten der größte Detail, so die Standardmagazine von den Standardherstellern, das funktioniert einfach wieder tadellos. Schauen wir uns nun einmal im Detail die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und Materialien an. Wir beginnen wieder vorne an der Knüfte. Da haben wir erstmal die Mündungsbremse. Ist letztendlich aus Aluminium gefertigt, nicht gefräst, sondern gesintert oder Mold-injected. Und das Ganze mit einem 14 Millimeter Rechtsgewinde, wie vorhin schon mal angesprochen. Auch habt ihr hier keinen Gewindestift, der die ganze Mündungsbremse irgendwie sichert, sondern das Ganze wird im hinteren Bereich über so einen Klemmring und über einen O-Ring gesichert. Bedeutet, ihr müsst einfach nur mit Gewalt das Ganze einfach mit Schmackes abschrauben. Wird also hier nicht irgendwie nochmal mit einer Schraube gehalten. Das ist auch ein bisschen tricky, dann den Mündungsfeuerdämpfer richtig auszurichten. Denn wenn ihr normal handfest draufschraubt, dann sitzt ihr ein bisschen schräg. Bedeutet, wenn ihr wirklich gerade haben wolltet und richtig ausgerichtet, dann müsst ihr mit relativ viel Schmackes zudrehen. Beziehungsweise den O-Ring hier hinten dann relativ stark quetschen. Wie gesagt, nicht gesichert. So, dann ist Rohr, ist letztendlich, oder der Outer, ist komplett einteilig und zieht sich komplett bis nach hinten, bis zur Gearbox, durch die gesamte Waffe einmal durch. Wird im inneren Bereich hinten zunächst mal geklemmt, gequetscht über so ein Nut- und Federsystem mit vier Schrauben. Das seht ihr dann bei der Demontage. Und ebenfalls im gesamten Receiver über mehrere Positionen einmal geführt. Bedeutet, das Ding sitzt hervorragend drin, obwohl er eigentlich relativ lang ist. Und wie gesagt, durch die gesamte Knifte einfach durchgeht. Kein Spiel drin, kein Schwingen oder sowas. Das ist von der Fixierung oder von der Arretierung wirklich tipptopp. Da können wir nicht schimpfen. So, dann einmal hier seitig die Pickrail dran. Ebenfalls Aluminium gefertigt. Könnt ihr halt irgendwie, keine Ahnung, Dummy-Lights montieren oder Kameras oder whatever. Auf jeden Fall hier eine. Und diese ist eben nur vom Schützen aus auf der rechten Seite vorhanden. Dann haben wir einmal die obere Abdeckung. Diese ist komplett aus Polyamid-Kunststoff. Wartet mal, ich drehe es mal vielleicht so hin, dann könnt ihr es besser sehen. Hier oben diese gesamte Abdeckung, die ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Also das schwarze Bauteil wird dann letztendlich unten innen drin fixiert. Über die Schrauben hier vorne. Innen drin ist quasi eine und auf der anderen Seite nochmal eine. Und über diesen langen Pin. Und das Bauteil sitzt wiederum hervorragend drauf. Bedeutet hier, die Abdeckung, da habt ihr auch kein Spiel oder sowas. Von der Passgenauigkeit tipptopp. Da können wir nicht maulen. So, wenn wir aber jetzt da, machen wir gleich mal im oberen Bereich weiter. Wenn ich sie jetzt mal ein bisschen nach vorne schiebe, wie vorhin schon mal angesprochen. Jetzt schaut euch mal das Bauteil hier an. Quasi von der Kante, von der Pickrail vorne bis hier hinten durch, bis hier her. Das ist letztendlich auch einmal so eine Kombination aus Aluminium und Polyamid. Also mehrere Bauteile miteinander verbunden. Und dann wird das Ganze drum letztendlich nur hier oben links und rechts innen drin in so ein Nut- und Federsystem quasi reingeschoben. Und wie vorhin dann schon kurz angesprochen. Wenn ihr hier mal her schaut, hier vorne an der Pickrail, sitzt das Ganze tadellos und richtig schön fest. Wenn ich aber jetzt hier hinten mal her lang, da seht ihr sogar vielleicht so einen kleinen Abstand quasi zum Receiver. Und wenn ihr da mal rumwackelt da hinten dran, vielleicht könnt ihr das ein bisschen erkennen. Da habt ihr eben ein Millimeterchen Luft. Also das wird hier hinten nicht wirklich gehalten oder sauber geführt. Und dadurch hat aber auch die Pickrail einen Hauch Luft. Ja, keine Ahnung. Hier vorne vielleicht noch 0,5 Millimeterchen oder so. Also es ist minimals, aber es ist dennoch nicht komplett 100% fest oder fix. Also das hier ein kleines bisschen zu beachten, was die Verarbeitungsqualität einmal angeht. So, dann habt ihr euch hier vorne, das habt ihr vorhin schon mal gesehen, das zeige ich euch auch direkt gleich einmal den Spannhebel hier. Der zieht sich komplett nach innen rein. Der ist ebenfalls einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und funktioniert tadellos. Habt ihr vorhin schon gesehen, zum Hop-Up-Einstellen einfach hinterziehen. Dann bleibt das Verschlussblech hinten einmal offen oder der Verschluss. Und ihr könnt einmal das Hop-Up einstellen. Zum Akku einlegen habt ihr dann hier vorne die untere Abdeckung. Habe ich euch vorhin auch schon gezeigt mit dem Druckknopf vom Schützen auf der linken Seite. Wenn da der Akku drin liegt und das Ding arretiert und eingerastet ist, sitzt ebenfalls dieses hervorragend dran. Bedeutet auch hier kein Spiel oder sowas. Es lässt sich nicht irgendwie, ja, verwinden. Es kann nicht unabsichtlich irgendwie gelöst werden, sondern das sitzt wirklich hervorragend. Also hier können wir schon mal nicht schimpfen. Und dann seht ihr im oberen Bereich ebenfalls, muss ich es nochmal ganz kurz umdrehen, hier seht ihr ebenfalls als Korn eingearbeitet. Das ist letztendlich aus Zink gefertigt. Und wird hier vorne einmal über eine Schraube gehalten, über eine relativ lange. Bedeutet, ihr könnt über das Gewinde natürlich auch als Korn links und rechts einmal einstellen. Und das Ganze natürlich einmal aufklappbar. Aber auch hier, wenn ihr unbedingt Kimmelkorn spielen wollt, sitzt es Korn im aufgeklappten Zustand nicht wirklich fest. Bedeutet auch hier, ja, wackelt das Ganze doch relativ leicht einmal rum. Also ich würde auf Kimmelkorn eventuell verzichten, sondern ein schönes Rotpunkt drauf oder sowas und gut ist. So Leute, und jetzt lasst uns mal ein bisschen ausführlicher über diesen gesamten Receiver von der T21 bzw. H21 sprechen. Bedeutet, das gesamte Bauteil, was jetzt hier letztendlich im Oliv gehalten ist, wird aus zwei Hälften produziert und meiner Meinung nach nicht in der Kunststoffform verbunden, sondern im Nachhinein. Bedeutet, es kommt die linke Hälfte aus der Kunststoffform raus und es kommt die rechte Hälfte aus der Kunststoffform raus und dann wird es später zusammengesetzt. Also nicht aus, wie soll ich sagen, nicht aus einem Guss, sondern wird zusammengebaut. So und dadurch ist die Qualität, gerade wo sich diese Hälften verbinden, weiß ich nicht, wie man sieht. Also ich würde es jetzt nicht als so kritisch sehen, es ist aber auch nicht ganz perfekt. Zunächst aber mal der Kunststoff selbst. Es ist Poliamidkunststoff, aber im Vergleich zum Beispiel zu anderen Kunststoffwaffen wie G&G oder die UST45 oder die Double Eagle, die LWRC SMG45, deutlich weniger Glasfaseranteil und dadurch das gesamte Material auch deutlich weicher. Nicht ganz so weich wie zum Beispiel bei der SSR4, aber ihr könnt auch hier oben zum Beispiel, wenn ihr mal her schaut, ihr könnt hier oben auch mit ein bisschen Kraft das Ganze minimals ein bisschen zusammendrücken. Also ganz, ganz leicht. Also hier, wie gesagt, der Kunststoff einfach noch einen Tick weicher im Vergleich zu anderen Poliamidkunststoffen. Was man sehr positiv vielleicht noch ansprechen muss, die Oberfläche und die Haptik ist wirklich klasse. Bedeutet, ihr seht es vielleicht auch im Video, der gesamte Kunststoff ist überall, hat er so eine leichte Struktur einmal drauf und fühlt sich dementsprechend auch sehr hochwertig an, hat einen schönen Griff, es fühlt sich gut an. Wie gesagt, da kann man nicht maulen, es ist kein ABS. So, und jetzt eben nochmal die Verarbeitungsqualität. Das habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, wenn wir mal hinten drauf schauen, wo sich diese beiden Hälften quasi verbinden, da sieht man eine ganz deutliche Naht einmal. Das könnte ich vielleicht noch verkraften. Auch hier, wenn man da mal her schaut, warte mal, ich muss mal umgreifen. Wenn ich hier mal zusammendrücke, seht ihr, dass es klafft, hier minimals klafft der Kunststoff hier einen Hauch. Wirklich einen kleinen Hauch klafft er hier einmal auf. Wie gesagt, damit könnte ich leben, aber auch im unteren Bereich, wenn man da mal ganz, ganz genau hinschaut. Wie gesagt, das ist vielleicht Meckern auf einem sehr hohen Niveau, aber ich zeige es euch dennoch, damit ihr einfach wisst, was ihr kauft. Auch hier ist mein Review-Modell von der Verarbeitungsqualität nicht wirklich ganz perfekt. Und dementsprechend, wie gesagt, ich zeige es euch einfach. Hier von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, geht vielleicht ein bisschen besser oder wir hatten auch schon Besseres auf dem Tisch. Ob es vom Preis-Leistungs-Verhältnis für euch in Ordnung ist, ob ihr das eher kritisch seht oder ob ihr sowas hier ignoriert, das ist ganz euch überlassen. Wie gesagt, man sieht es jetzt letztendlich da unten drin nicht, sondern man muss wirklich schon ganz genau hinschauen, dass man hier sowas hier einmal wahrnimmt letztendlich. Ansonsten stört es aber auch nicht. Aber wie gesagt, ich zeige euch einfach alles, damit ihr einfach euer Bild machen könnt. So, im oberen Bereich, gut, das habt ihr vorhin schon mal gesehen, da habt ihr natürlich noch einmal diese Lochkimmel dran, wenn ihr sie braucht, einmal aufklappen, zack. Wenn ihr sie braucht, wie gesagt, auf jeden Fall einmal vorhanden das Ganze. So, und dann lasst uns ebenfalls einmal über die Bedienelemente sprechen, bedeutet Feuerwahlhebel und Abzug. Der Feuerwahlhebel ist jetzt beim Review-Modell vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden, also ganz normal für Rechtsschützen. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, ich habe es mir auch ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, gegebenenfalls könnt ihr den sogar ummontieren auf die andere Seite rüber. Bedeutet, wenn der Linkschütze seid, könnt ihr ihn vermutlich umdrehen, denn auf der gegenüberliegenden Seite ist die Aufnahme und die Markierung letztendlich exakt identisch. Müsste gehen, wie gesagt, habe ich selbst noch nicht ausprobiert. So, und der läuft zunächst mal tadellos. Also hier können wir nicht schimpfen, kein Haken drin, kein Kratzen drin, schönes Klicken einmal vorhanden, das passt soweit. So, jetzt aber der Abzug. So, zunächst einmal habt ihr im Abzug, wenn ihr in der Sicherung seid, habt ihr schon hier relativ viel Spiel drin. Seht ihr, ihr könnt den ganzen Abzug vielleicht locker einen Zentimeter zurückdrücken, bis ihr in die Sicherung einmal reingreift. So, wenn ihr jetzt standardmäßig einmal auf Semi umschaltet oder auf Halbautomatisch, dann müsst ihr den Abzug ziehen, 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 ziehen und ganz hinten, irgendwo da hinten, kurz vor Anschlag von dem Ding, löst sich dann der Schuss oder bricht der Schuss. Und das ist aber standardmäßig auch nicht immer klar definiert. Bedeutet, mal löst er vielleicht mal zwei, drei Millimeter vorher, dann müsst ihr wieder zwei Millimeterchen mehr ziehen. Also er ist nicht immer zu 100 Prozent konstant am exakt selben Punkt. Kann also hier ein paar Millimeterchen variieren, aufgrund des gesamten Abzugssystems innen drin von dieser TAR21. So, und jetzt habe ich das Ganze aber ein kleines bisschen modifiziert. Bedeutet, bei mir ist es jetzt so, dass ich hier quasi in der Sicherung drin bin. Das könnte man auch noch fixieren, da ist innen drin letztendlich bloß so ein Halteblech. Da könnte man noch was aufkleben, damit einfach die Sicherung früher greift. Wäre auch machbar. Aber auf jeden Fall, jetzt ziehe ich bei mir maximal bis hierher. Bedeutet, ich kann jetzt in diesem Bereich hier einmal triggern und muss den Abzug nicht vollständig einmal nach hinten reißen. Das zeige ich euch, wie gesagt, später einmal im Detail nochmal bei den Internals, was ich hier ein kleines bisschen optimiert habe. Ansonsten werde ich aber dennoch den gesamten Abzug aufgrund des gesamten Gestänges und des Spiels im Abzugsgestänge, werde ich heute als Neutralpunkt werten. Natürlich, es ist ein Exot, es ist was Besonderes. Vielleicht aufgrund der Konstruktion muss man es hinnehmen, aber andere Systeme, gerade halt V2, wo ihr direkt am Mikrotaster sind, die sind vom Abzug natürlich deutlich definierter. Also das sind wirklich zwei Paar Schuhe, das kann man nicht wirklich gut miteinander vergleichen. Dementsprechend erkläre ich es euch, müsst ihr wieder für euch entscheiden. Wie gesagt, es lässt sich optimieren, schaut es euch einfach an, aber standardmäßig empfand ich den Abzug als etwas undefiniert. Den Magazin Halter findet ihr dann hier einmal vor, vor dem Magazin Schacht letztendlich und diese ist natürlich links wie auch rechts einmal zu erreichen. Bedeutet einfach reindrücken, zack, Magazin fällt einmal raus. Dementsprechend hier, wie gesagt, da kommt man wunderbar ran, nicht irgendwie im Weg, auch wenn ihr die Waffe im Anschlag drin habt, irgendwie mit dem Handballen, kein Problem, sondern der ist wirklich zügig zu erreichen. Dann seht ihr hier eben einmal dieses Verschlussblech innen drin, das ist so ein relativ großes Aluminium-Bauteil, wie so ein, ja wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Profil einfach, innen drin so ein U-Profil, was auf der Gearbox einmal draufläuft und das hat sich eben bei der ersten Version, hat sich das eben immer mit nach hinten bewegt. Bedeutet EBB-System. Das wurde aber jetzt seitens Begadi einmal deaktiviert. Ich persönlich finde es gut, denn ganz ehrlich, es hat mega Lärm gemacht, es hat mega gescheppert, es verbraucht Akku, es sorgt für Verschleiß. Dementsprechend finde ich es gar nicht so verkehrt, dass Begadi dieses EBB-System deaktiviert hat. Ich persönlich wäre vielleicht noch ein bisschen, oder ja, ich persönlich hätte es vielleicht noch ein bisschen schöner gefunden, wenn man das optional vielleicht hätte machen können. Bedeutet, wer das EBB-System haben möchte, der kann es drin lassen. Wer es nicht haben möchte, lässt es sich halt über die Begadi-Werkstatt rausbauen. Ich könnte aber auch sein, wie vorhin schon angesprochen, da eben jetzt hier ein EFCS-System drin ist und ein relativ starker Motor, dafür ist das EBB-System natürlich nicht konstruiert worden. Dementsprechend könnte es vielleicht sein, dass wenn man da ein 11.1er auf Dauer mal durchgeballert hat, dass eventuell das EBB-System nicht damit klargekommen ist. Bedeutet, der Verschleiß ist hochgegangen oder vielleicht war es zu langsam, schlecht gefedert oder was auch immer. Bedeutet, Begadi wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, dass sie eben das EBB-System jetzt deaktiviert haben. Braucht meiner Meinung nach eh kein Mensch. So, dann habt ihr vorhin schon gesehen, über den Spannhebel, könnt ihr das Ganze einmal zurückziehen, bleibt schön offen, arretiert und hier unten findet ihr dann einmal den Verschlussfang. Bedeutet, hier einmal reindrücken, zack, dann schnallt ihr das Ganze wieder vor. Hop-Up habe ich euch vorhin schon mal erklärt. Seht ihr jetzt hier innen drin, sehr veraltetes Hop-Up-System, Rädchensystem auf der Seite dran und läuft, wie schon angesprochen, läuft brutal schwer. Also da müsst ihr schon wirklich mit sehr viel Gewalt da innen reingehen und versuchen, au, das Rädchen irgendwie zu drehen. Dann, wie gesagt, vielleicht könnte man die Schraube noch ein bisschen lockerer machen oder vielleicht ein bisschen Silikonöl unter das Einstellrädchen, damit es zwar immer noch straff genug ist, damit es sich nicht verstellt, aber damit es sich einfach ein bisschen schöner einstellen lässt. Dann, wie gesagt, standardmäßig geht das Ganze wirklich brutal schwer zu drehen. Die einen machen es zu leicht, hier ist es leider ein bisschen zu straff. Dann bleibt uns letztendlich nur noch die Schaftkappe hinten. Habt ihr vorhin schon gesehen, beim Federschnellwechselsystem wird letztendlich über den einen Pin hier oben über den langen gehalten und hier unten nochmal über eine Schraube. Ach, seht ihr gerade nicht? Sorry. Hier unten nochmal über eine Schraube. Bedeutet, habt ihr gesehen, könnt ihr ganz normal einmal aufklappen, indem ihr diesen oberen Pin hier löst. Die Schaftkappe selbst ist aber nicht irgendwie gummiert oder sowas, sondern ebenfalls aus Poliamid und dementsprechend sehr hart und ja auch nicht großartig strukturiert hinten. Wie gesagt, wäre mir ein bisschen lieber gewesen, vielleicht irgendwie noch ein Gummipad oder sowas, damit das Ding einfach ein bisschen rutschfester im Anschlag drin liegt. Dementsprechend hier gesamte Schaftkappe aus Kunststoff. So, dann zeige ich euch das ganz kurz in der Nahaufnahme nochmal, falls ihr es vorhin nicht sehen konntet. Ich bin mir nicht sicher, da ich relativ weit weg war mit der Kamera. Den Pin hier einfach einmal rausziehen, dann aufklappen. So, und jetzt könnt ihr eben in der Nahaufnahme schön hier hinten einmal reinlunzen. Zack, da habt ihr einmal den Motor quasi und wenn wir die Kabel ein bisschen auf die Seite drücken, dann seht ihr hier oben eben die große Schlitzschraube. Das ist die Sicherungsschraube vom Spring Guide. Die große Schraube einfach einmal lösen, die Schlitzschraube und dann mit dem Inbus direkt das Spring Guide raus. Kommt er wunderbar und ganz einfach einmal ran. Und was ihr jetzt eben in der Aufnahme auch seht, wie vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr mal da hinten reinschaut, da sind so viele Hohlräume drin. Warte mal, ich drehe es vielleicht mal so her. Da sind so viele Hohlräume drin, unter der Gearbox, über der Gearbox. Da könnt ihr problemlos ein kleines bisschen Schaumstoff reinpacken da hinten und dementsprechend das Klangbild vielleicht noch ein bisschen optimieren, damit ihr einfach diesen Kunststoff im Klang nicht so stark einmal raushört. Wie gesagt, vielleicht eine ganz kleine Optimierung. So Leute, dann gibt es heute wieder einen kleinen Demontageteil. Wenn ihr für eine Wartung mal an die Gearbox ran müsst oder wenn ihr mal ein verschlüssiges Hopperpacking tauschen wollt, zeige ich euch kurz im Schnelldurchlauf, wie ihr das Ding einmal demontiert. Denn das ist nicht ganz so benutzerfreundlich. Bedeutet, ihr müsst eigentlich so fast alles komplett demontieren, damit ihr die Gearbox da hinten einmal rausbekommt. Ich werde es, wie gesagt, wieder im Schnellverfahren machen, denn wenn ich euch da jetzt jeden einzelnen Arbeitsschritt wieder erkläre, welche Inbusgröße, welche Schraubengröße, dann würde allein die Demontage einfach wieder sehr viel Zeit von diesem Video einmal in Anspruch nehmen. Dementsprechend die Demontage wieder einmal als Stummfilm, einmal im Schnellverfahren. Demontage wieder 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 einmal im Schnellverfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Von der Lagerung haben wir Standard 8 mm System und es ist eine Mischkombination aus einmal Stahllaufbuchse am Sektor, jeweils unten und oben, ebenfalls am Spur 8 mm Stahllaufbuchse oben und unten und am Bevel zweimal ein Kugellager drin verbaut. Hier sehr positiv 8 mm System, tip top können wir nicht schimpfen, auch die Kombination finde ich in Ordnung und auch die Passung bzw. der Lagersitz ist hervorragend. Bedeutet die Lager fallen euch nicht irgendwie raus oder sowas, sie sind richtig schön sauber einmal eingepresst und drehen euch dementsprechend hier nicht irgendwie im Lagersitz mit. Also auch hier von der Lagerung können wir definitiv nicht schimpfen, das hat S&T einwandfrei umgesetzt. So was heute ein bisschen fragwürdig ist, das ist ein bisschen der Spring Guide finde ich und zwar verbaut hier S&T natürlich das Federschnellwechselsystem, das habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Aber der Spring Guide ist ein Zink Spring Guide mit Kunststoffüberzug und das Ganze ohne Axiallager. Also hier hätten sie meiner Meinung nach gern irgendwie einen Edelstahl Spring Guide mit Axiallager verbauen können, der würde hier vermutlich problemlos einmal reinpassen. Also wenn ihr irgendwie so einen günstigen Edelstahl Spring Guide herbekommt von SHS oder sowas, wie gesagt, die müssten hier auch problemlos einmal reinpassen. Ist letztendlich Standardgröße mit zwei Flügeln einmal. Müsst ihr nur gucken, Flügelbreite müsste V3 sein. Also hier die Breite rüber, da müsst ihr auch immer ein bisschen aufpassen, da gibt es ein bisschen Unterschiede V2, V3. Auf jeden Fall, die sehen relativ breit aus, die Flügel und müsste dementsprechend V3 sein. Also ein QD Spring Guide oder Quick Change Spring Guide aus Edelstahl mit Axiallager V3 sollte hier problemlos einmal passen. Hätte ich jetzt einen da, würde ich ihn natürlich testen und euch sagen, habe ich aber leider nicht. Bei den Gears finden wir dann ein Standard 18 zu 1er China Gearset vor. Die ganzen Gears sind letztendlich aus Stahl gesintert, nicht CNC gefräst. Also letztendlich ein Standard Gearset, wie man bei fast jeder Knifft, der out of the box einmal drin verbaut hat. Die Gears sind vollkommen in Ordnung, sind jetzt auch nicht so laut, muss man sagen. Auch die Schimmung ist einmal ein Pfiffi und man hat hier eben ein Sektor Gear mit vollen 16 Zähnen. Bedeutet, wir nutzen letztendlich für die 415 mm, für den Innenlauf, für die Länge, nutzen wir das maximale Volumen. Was letztendlich einmal möglich ist. Also Standard nicht gestroked, 18 zu 1 mit 16 Zähnen. Dann seht ihr ebenfalls, dass der S&T hier noch einen Delayer bzw. einen Sektor Gear Clip verbaut hat aus Kunststoff. Dementsprechend bleibt auch die Nozzle ein kleines bisschen länger geöffnet. Und die Kugeln haben etwas mehr Zeit vom Magazin in die Hop-Up-Kammer einmal nachzurutschen. Also hier quasi ein Delayer direkt einmal out of the box drauf verbaut. Ansonsten braucht man so eine Gearsnake sagen, wie gesagt, das ist ein Standard. Wenn man das Ding mit 1,7 Schuhe betreibt, ja gut, wir werden eine ganze Zeit lang mal halten. Irgendwann mal, keine Ahnung, 50, 60, 100.000 Schuss werdet ihr definitiv neue brauchen. Denn dann wird euch entweder hier irgendwo mal einen Zahn brechen oder hier einen Zahn oder hier unten mal einen Zahn. Das ist einfach ein ganz normaler Verschleiß. Und je nachdem, wie viel ihr raushaut, wird irgendwann mal ein neues Gearset einmal nötig. Das ist aber bei den meisten Airsoft-Knifften einmal der Fall. Aber auch hier, wie gesagt, out of the box, vollkommen in Ordnung. Brauchen wir ebenfalls nichts kritisieren. Und auch das Shimming ist seitens S&T in Ordnung, muss man sagen. Bedeutet hier im zusammengebauten Zustand einmal zusammengeschraubt. Gears sind sauber drin. S-Sector hat vielleicht noch maximal 005 Luft. Also da bringt er nicht mal mehr eine 01er einmal drauf. Das passt perfekt. Auch S-Sperr-Gear ist ebenfalls sehr gut eingeschimpt. Auch hier vielleicht maximal 005 noch möglich. Oder vielleicht eine 01er bringt man da nicht mehr drauf. Also hier wirklich ein Hauch. Nur letztendlich S-Bevel-Gear, da passt wahrscheinlich noch eine 02er drauf. Also das haben sie relativ locker geschimpt einmal. Da aber über das Kegelrad oder über den Winkel, wenn die Kraft übertragen wird, S-Bevel-Gear so oder so gegen die Wandung nach außen gedrückt wird, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und ihr habt es auch vorhin im Klangbild gehört. Ist den Kreis jetzt nicht sonderlich oder sowas? Oder ist er mega laut vom Laufverhalten von den Gears? Dementsprechend, ja, wer wieder die letzte Nuance, die letzte Perfektion wieder haben möchte, der könnte hier vielleicht nochmal nachschimmen. Aber auch so muss man sagen, wie gesagt, sobald die Kraft draufkommt, drückt es eh nach außen. Dann kann man es auch eigentlich genauso ignorieren und einfach so betreiben. Wie gesagt, das wird jetzt nicht irgendwie den Verschleiß irgendwie verschlimmern, dass das Ding schneller kaputt geht. Wie gesagt, spielt das Ding so wie es kommt oder wenn ihr euch auskennt, könnt ihr hier nochmal eine Schimm einmal aufbringen. Aber ansonsten, Sektor und Spur sind wirklich perfekt einmal eingeschimmt. Dann finden wir in der Gearbox, wie vorhin schon angesprochen, einmal das neue Begadi EFCS oder Core-System für T21-Modelle. Bedeutet wie bei P90, wie bei der AUG, wie bei der M14 hat jetzt auch Begadi extra für diese Gearbox ein eigenes EFCS entwickelt oder gebastelt oder basteln lassen. Auf jeden Fall jetzt hier eben auch dieses Core, wie man es eigentlich kennt, exakt eins zu eins identisch zu anderen Core-Systemen, nur eben jetzt hier eben passend für die T21-Gearbox. Bedeutet auch das Ganze genauso wie eben V2, auch hier quasi mit diesem kleinen Mikro-Taster einmal für die Zyklenüberwachung vom Sektor-Gear-Mechanisches System. Und dann findet ihr hier einmal den kleinen Taster, einmal für euren Abzug bzw. für den Trigger. Also auch hier jetzt in der T21 moderne Elektronik drin, Akkuüberwachung, Zyklenüberwachung, Aktivbremse mit an Bord, eine intelligente, stark belastbar. Also alles, was man sich wieder wünscht, auch jetzt hier in einer T21 drin vorhanden. Das finde ich auch wieder super und da ist, muss man schon mal klar ansprechen, da ist Begadi wirklich mittlerweile so ein Vorreiter, dass sie eben auch EFCS-Systeme für ein bisschen ausgefallene Modelle ja in Umlauf bringen. Wie gesagt, gut, jetzt Perun zieht ja jetzt nach, habe ich gesehen, mit einem P90 und mit einem AUG EFCS. Aber auch hier war Begadi eigentlich so der Vorreiter. Also auch hier ein bisschen Lob an Begadi, eben EFCS speziell für das T21-Modell entwickeln lassen, finde ich einfach klasse. Und wie vorhin schon gesagt, das Ding funktioniert ebenfalls wieder hervorragend. So, jetzt müssen wir aber noch einen Punkt ansprechen oder jetzt möchte ich noch einen kleinen Punkt ansprechen. Eventuell vorhin schon mal gesagt bei den Allgemeininformationen, dass der Abzug über diese ewig lange Abzugstange im Vergleich zu einer V3-Gierbox oder einer V2-Gierbox doch sehr gewöhnungsbedürftig einmal ist. Bedeutet, man weiß nicht wirklich, wann kommt jetzt der Schuss oder man muss wirklich mal zwei, drei Magazine ein bisschen durchblasen, bis man mit dem Finger wirklich so dieses Gefühl einfach hat, wo der Schuss jetzt bricht und wo nicht. Denn in diesem ganzen Gestänge da letztendlich, in dieser langen Abzugstange, die von vorne bis ganz nach hinten durchgeht und auch in diesem Hebelsystem, was hier seitlich einmal drauf läuft, überall hat man ein kleines bisschen Luft drin. Und das macht sich einfach bemerkbar, finde ich. Dementsprechend habe ich mir bereits so ein bisschen Gedanken gemacht, was man da jetzt machen könnte, um vielleicht den Abzug ein bisschen weiter vorzustellen, da man ja ein EFCS drin hat. Sondern hier könnte genauso vorgehen, wie wenn ihr einen Speed Trigger für eine V3-Gierbox, für eine AK oder sowas baut. Möchte ich euch ganz kurz ansprechen, aber auch diese Informationen, ja wie gesagt, sind eher eigentlich für Leute gedacht, die sich wirklich ein bisschen auskennen. Wenn ihr hier irgendwas nicht beachtet, irgendwas falsch macht, könnt ihr ganz schnell diesen kleinen Mikro-Taster hier einmal kaputt machen. Wer sich ein bisschen auskennt oder wer sehr genau jetzt zuhört, da kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mal diesen Hebel hier anschaut, der läuft standardmäßig, läuft dieser einmal hier drin. So, von außen sitzt wiederum dieser Hebel hier drauf. Auf dem Hebel hier oben läuft dann letztendlich einmal die Abzugstange. Bedeutet, jedes Mal, wenn ihr zieht, wird quasi über die Rotation, über den Winkel, wird hier innen drin dieser kleine Hebel über diesen Mikro-Taster drüber gefahren. Und dann löst ihr quasi euren Schuss. So, und standardmäßig kommt es, wie gesagt, kommt es wieder sehr spät, da ihr überall ein bisschen Spiel drauf habt. Jetzt habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie man das ein bisschen verkürzen könnte. Und das habe ich genauso gemacht wie bei einer AK letztendlich. Bedeutet, ich bin auch wieder hergegangen und habe mir aus einem alten Patch, aus einem Gummipatch, einfach wieder so ein ganz kleines Rechteck einmal rausgeschnitten. Und dieser Gummipatch hat circa eine Höhe von 1 Millimeter bis 1,2 Millimeter. Es muss Gummi sein, denn dieser Zinkhebel hier, der hat hier innen drin einen Radius, der ist gebogen. Wenn ihr hier irgendwie Kunststoff nehmt, gut, wenn ihr einen Weichen nehmt, funktioniert es vielleicht. Aber ihr könnt natürlich jetzt irgendwie einen harten Kunststoff nicht in diesen Radius reindrücken. Dementsprechend wieder von dem Patch eben Gummi rausgeschnitten, 1 Millimeter stark, so ein Rechteck. Und richtig schön kräftig mit Sekundenkleber einmal aufgeklebt. Und dann habt ihr eben auch diesen Radius einmal drin. So, und jetzt aber ganz, ganz wichtig. Wenn dann der Sekundenkleber nach 24 Stunden vollständig ausgehärtet ist und ihr hier unten mit dem Finger drüber fahrt, da werdet ihr merken, dass aufgrund des Sekundenklebers jetzt so ein bisschen die Oberfläche so ein bisschen rau oder so kratzig geworden ist, unbedingt Schleifpapier nehmen und das Ganze richtig schön gerade feiern oder Planschleifen quasi, damit ihr hier unten, wo die Fläche über den Taster läuft, dass ihr hier wirklich eine richtig schöne Fläche habt und keine Kanten und keinen Grad drin habt. Andernfalls kann es passieren, dass beim Zurückstellen des Abzugs, dass ihr diesen kleinen Mikrotaster einmal kaputt macht. Und das wollt ihr nicht. Wenn ihr hier drin rumpfuscht oder sowas, habt ihr natürlich keine Gewährleistung drauf. Aber wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, jetzt haben wir hier eben so ein kleines Gummipad drauf. Das habe ich dann im vorderen Bereich, habe ich das Ganze noch um 45 Grad quasi ein kleines bisschen mit dem Skalpell abgeschnitten, damit man hier so eine kleine Phase einmal dran hat. Und jetzt kommt eben der Abzug deutlich, deutlich früher und ihr habt hier oben eben das Gummipad gleichzeitig noch als Anschlag. Bedeutet, das drückt euch hier oben dann gegen die Gearbox Shell. Und dadurch finde ich den Abzug einfach deutlich, deutlich angenehmer oder ein kleines bisschen schöner wie standardmäßig. Aber aufpassen, solltet ihr dann Probleme haben, dass die Sicherung nicht mehr funktioniert, dann ist euer Gummipad zu hoch, bedeutet ihr fahrt mit dem Abzug zu früh gegen den Mikrotaster. Dann müsst ihr hier eben noch ein bisschen Material einmal abnehmen von dem Gummi, dass ihr einfach ein kleines bisschen später mit dem Pad einmal auf den kleinen Taster drüber fahrt sozusagen. Also hier wie gesagt eine kleine Möglichkeit, den Abzug ein bisschen schöner zu bekommen. Aber wie gesagt, nur für Leute, die basteln können, wer eben das EFCS kaputt macht oder den Mikrotaster kaputt macht, weil er hier irgendwas falsch macht, habt ihr keine Gewährleistung drauf. Das wäre natürlich ein bisschen arg schade. Wie gesagt, nur ein kleiner Tipp am Rande, einmal von mir. Schauen wir uns im Anschluss direkt das Zylinderset an. Hier haben wir einen kompletten Edelstahl-Type-0-Zylinder, bedeutet das Ganze ohne Volumenreduzierung. Ihr nutzt also quasi den gesamten Hub, das ist die gesamte Luftmenge im Zylinder für den 415mm-Lauf. So, und wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, vom Verhältnis her kommen wir hier auf 2,2 zu 1. Bedeutet, ihr habt einfach für den 415mm-Lauf mit 6,03 sehr viel Luft einmal vorhanden. Dementsprechend auch 0,36g BBs zum Beispiel. Absolut kein Problem aufgrund des Volumens. Also viel Volumen gut bemessen und hier eben keinen Short-Stroke oder sowas mit den Gears einmal umgesetzt. Das passt also und harmoniert wunderbar zusammen mit der Lauflänge. Das habe ich auch schon öfters angesprochen mit einem vollen 16-Zahn-Sektor-Gear und einem Type-F-Zylinder. Ist so 415-420mm, ist einfach die perfekte Lauflänge. Dementsprechend auch hier in diesem Bullpup-System sehr schön kombiniert. Der Zylinderhead ist ein Standard-V2-Zylinderhead, auch aus Aluminium gedreht das Ganze. Qualitativ in Ordnung, das müssten SHS oder irgendwie sowas sein. Zwei Ohrringe und einmal ein relativ hartes Sorbo-Pad hinten drauf. Also das könnte ein kleines bisschen weicher sein. So, auch das ist wie gesagt, auch das ist vollkommen in Ordnung. Out of the box. Jetzt habe ich euch aber vorhin schon mal angesprochen, da hier die Gearbox einfach im vorderen Bereich keine sonderliche Verstärkung hat und wir hier auch keinen großen Puffer oder irgendwas drin haben, kommt hier relativ viel Last oder der Aufprall. Der Prellschlag überträgt sich hier relativ stark auf den Zylinderhead und dementsprechend auch in die Gearbox rein. So, und wenn ihr euch das jetzt auch mal anschaut, wenn wir den Zylinderhead hier mal installieren auf diesem Zapfen letztendlich, dann können wir sogar den gesamten Zylinderhead hier minimals ein kleines bisschen drehen. Seht ihr das? Der hat also ganz, ganz minimals ein kleines bisschen Luft, liegt also nicht zu 100% sauber vorne an der Kante an. So, und wenn ihr jetzt hier von der Energie einfach zu hoch geht, dann kann es einfach passieren, dass hier auf den Zapfen sehr viel Last drauf kommt und dann fängt auch die Gearbox irgendwann auch hier oben einmal hochwärts an zu reißen. Und wie gesagt, wir sprechen hier halt einfach von 2 Joule oder 2,2 Joule oder sowas. Wie gesagt, habt ihr jetzt 1,4 oder sowas oder 1,5, dann könnt ihr das jetzt erstmal problemlos so betreiben. Wollt ihr aber oder dürft ihr in dem Ding mehr Joule spielen, dann würde ich direkt wieder einmal auf so einen hier gehen, auf so einen Zylinderhead gehen, der eben hier vorne wieder diesen Pufferohrring drin hat, quasi, damit kein Prellschlag auf die Gearbox kommt, dann ebenfalls hinten ein schönes weiches Sorbo-Pad mit 50 Shor und eben auch Langlöcher. Bedeutet, wenn wir den jetzt hier mal ransetzen und nach vorne drücken, dann liegt der einfach zu 100% schön vorne an der Gearbox sauber an. Und die Energie kann schöner über die ganzen Gummiflächen schöner absorbiert werden und verteilt sich dementsprechend auch schöner ins Material rein. Also wie gesagt, 1,8 bis 2 Joule überlegt euch irgendwann vielleicht mal lieber so eine Art Zylinderhead zu verwenden. Achtet aber drauf, aufgrund des großen Sorbo-Pads braucht ihr dann auch einen Pisten mit 15, im besten Fall 14,5 Zähne. Denn auch hier kommt ihr mit dem AOE ein kleines bisschen weiter hinter. Also das Ganze ebenfalls einmal beachten. So, wie gesagt, ansonsten, ihr könnt das Ding drin lassen, Qualität ist in Ordnung, Abdichtung vom Zylinderhead ist ebenfalls in Ordnung oder passt sauber. Können wir gleich mal uns anschauen. Hier wird das hier sauber in den Zylinder einmal reingepresst. Das passt also. So, und dann gibt es nochmal ein kleines Update. Wie gesagt, die Aufnahmen waren eigentlich schon fertig von den Internals. Das musst du jetzt nochmal ein kleines bisschen was aktualisieren. Denn Begadi wechselt standardmäßig die Nozzle aus. Bedeutet, standardmäßig war die gleiche Nozzle verbaut, wie wir es das letzte Mal in dieser UST45 gesehen haben. Bedeutet, auch diese rote Alunossel war jetzt standardmäßig drin mit einem O-Ring hinten drauf. Die war an sich, fand ich, war die okay. Die war auch vom, ja, vom Sitz hier war sie in Ordnung, aber hatte doch einiges an Spiel hier vorne auf dem Zylinderhead drauf. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt damit absolut keine Probleme. Ich habe auch gekront, ich habe bestimmt schon 5, 6 Magazine durch das Ding rausgehabt mit der Original-Nossel. Begadi sagt aber, dass es mit manchen Magazinen zu Problemen mit der Nozzle kommen kann. Wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, aber auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt eine T21 kauft, dann verbaut Begadi automatisch von sich aus bereits eine grüne Begadi-Nossel aus Aluminium mit zwei O-Ringen einmal drin und einer Länge von 21,35 Millimeter. Und die sitzt im Vergleich zu dieser roten von der ersten Version, sitzt diese natürlich auf dem Zylinderhead deutlich straffer drauf aufgrund der zwei O-Ringe. Und dadurch kommt es anscheinend dann eben nicht mehr zu Problemen mit unterschiedlichen Magazinen oder eben unterschiedlichen Kugelgrammaturen. Also hier eben nochmal ein kleines Update. Wie gesagt, nicht wundern, falls ihr irgendwie mal bei mir Bilder gesehen habt oder sowas oder vorhin auch bei der Demontage, rote Nossel, die ist standardmäßig nicht mehr verbaut, sondern Begadi verbaut ist eben so eine grüne 21,35 Alu-2-O-Ringe. Beim Pistonset können wir dann überhaupt nichts schimpfen, der Piston ist in Ordnung, es müssten Polycarbonatpisten sein, also gutes Material. Und ihr seht im unteren Bereich einmal komplett mit Stahlzähnen, auch das ist vollkommen in Ordnung. Was ich euch aber gerade beim Zylinderhead schon angesprochen habe, wir haben hier fast schon einen Vollzahnpiston, Zahnpiston bedeutet, letztendlich ist nur der vorletzte Zahn hier zu 50% reduziert. Wollt ihr also jetzt hier den AOE einstellen oder wollt ihr einen Zylinderhead mit so einem fetten Sauberpad einmal verwenden, dann kommt der Piston noch ein kleines bisschen weiter zurück. Und da wäre es einfach hilfreich oder ist es eigentlich nötig, einen Piston zu verwenden, wo dieser Zahn hier hinten komplett fehlt. Andernfalls könntet ihr hier ziemlich bescheiden mit dem Sektor hier hinten reingreifen. Also wie gesagt, man müsste es sich mal angucken oder wir können es uns dann gleich mal im Anschluss angucken, ob das funktioniert. Im besten Fall sollte man aber einen Piston mit 15 oder 14,5 Zähne verwenden, dann funktioniert es immer mit dem AOE. Aber wie gesagt, haltbarer Piston, wunderbar, können wir nicht schimpfen, Stahlzähne von der Haltbarkeit ebenfalls tiptop. Auch der Pistonhead ist letztendlich ein Standard-Aluminium-Pistonhead, müsste auch irgendwie, keine Ahnung, Battle-X oder SHS sein oder whatever. Auf jeden Fall auch mit einem Aluminium gedrehtes Ganze, sauber von der Qualität, Ventilationsbohrungen, Ventilationsöffnungen, ein O-Ring drauf und im inneren Bereich sogar mit einem Axiallager. Und auch diese Kombination dichtet hervorragend ab, bedeutet, wenn wir hier mal einen Drucktest machen, jetzt habe ich einen Zylinderhead reingeschoben, geil. Wartet, ich schiebe ihn wieder ein bisschen raus. Wenn wir hier mal einen Drucktest machen, wie gesagt, wenn wir hier relativ zügig von hinten pressen, dann kommt hier die Kompression umgehend, also sofort. Der Piston, der O-Ring vom Pistonhead bläst sich also nicht erst nach einem Zentimeterweg oder so auf, sondern umgehend, sobald dieser Minimalskompression im Zylinder einmal bekommt. Also hier Abdichtung, tiptop, können wir nicht schimpfen. Nur eben, wie vorhin schon angesprochen, einmal die Nozzle. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch das Ganze mal mit dem AOE an, ob das hinhaut oder nicht. Bedeutet, ich stecke jetzt einfach mal kurz diesen Zylinderhead hier rein. Der sitzt auch deutlich presser einmal im Zylinder drin und noch ein kleines bisschen presser wie der Originale. So, dann fahren wir hier mit dem Sektor Gear einmal hinten rein. Und ey, das funktioniert sogar. Ach wunderbar, schaut mal. Tatsächlich, also hier, obwohl wir fast Vollzahlen haben, keine Probleme mit dem Originalpiston. Bedeutet, ja, ihr könnt out of the box problemlos so einen blauen Begadi Zylinderhead hier mit Sorbo Pad, mit einem weichen, könnt ihr hier problemlos in der Originalkonfiguration weiterhin drin verwenden. Nur müsst ihr dann eben aufpassen, wenn ihr jetzt gleichzeitig nochmal einen anderen Pistonhead verbaut mit zwei O-Ringen, der ist auch nochmal ein kleines bisschen länger. Dann müsst ihr dieses eben nochmal neu kontrollieren, denn ich denke, dann wird es zu knapp werden. Also dann braucht ihr auf jeden Fall einen Piston mit 15 oder 14er Halbzähne. Aber wie gesagt, wollt ihr jetzt nur ein bisschen Zylinderhead optimieren, passt hier wunderbar mit dem originalen Piston. Ach, das ist doch einmal ein Fiffi. So, kommen wir abschließend einmal zum Thema Lauf- und Hop-Up-System. Zunächst mal, der Lauf habe ich euch vorhin schon angesprochen. Das ist ein Standard-ALG-Lauf aus Messing, 415 mm in der Länge mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Der ist vollkommen in Ordnung, schön lang, ihr bekommt gut Energie drauf, es Volumen langt aus. Der ist mehr als brauchbar. Auch wenn die Waffe neu kommt, mal durchgeschaut, mal durchgereinigt, hier keine Rückstände irgendwie innen drin von der Fertigung. Also wie gesagt, das Ding ist brauchbar und kann man getrost einmal drin lassen. Was ich ebenfalls gut finde, ist das verbaute Hop-Up-System von Begadi wieder. Das bedeutet, ihr Fly 5 in 60 wird reingebaut in Kombination von dem passenden 5 mm Tensioner mit einem Radius unten dran. Und wie gesagt, das funktioniert out of the box wirklich klasse, wenn man das Hop-Up sauber eingestellt hat. Ihr könnt 0,32 spielen, ihr könnt von mir aus auch bis 0,36 spielen. Das funktioniert vom Hop-Up. Die Hop-Up-Kammer dagegen ist leider ein kleines bisschen in die Jahre gekommen und zu nichts anderem kompatibel. Das bedeutet, hier eine Standard-ABS-Kunststoff-Hop-Up-Kammer und eben, wie gerade schon gesagt, zu nichts kompatibel, da eben der Einfülltrichter oder dieser Ladekanal hier deutlich länger ist wie bei anderen Hop-Up-Systemen. Dementsprechend ist mir keine andere Hop-Up-Kammer bekannt, die hier reinpasst. So, wie gesagt, die Hop-Up-Kammer sitzt sauber drin. Sie hat jetzt nicht irgendwie viel Spiel, links, rechts oder so. Aber das Einstellen läuft halt, wie man es vor zehn Jahren schon hatte, über dieses seitliche Zahnrad-System. Und das ist, wie gesagt, es ist halt mega veraltet, denn das Hop-Up selbst lässt sich darüber nicht ganz so fein justieren, wie wenn man da hinten jetzt einfach so ein großes und feines, stufenfreies Einstellrad drauf hätte, wie bei M4 oder A15 Modellen. Hier muss man also doch sehr, sehr vorsichtig vorgehen und häufig kommt es dann einfach vor. Dann dreht man, passt soweit, so sauber kommt er jetzt eh nicht rein. Dann wollt ihr noch ein bisschen weiter, dann drückt er, es läuft schön straff, er stellt sich nicht, aber ihr drückt dann und drückt und zack, dann habt ihr schon wieder zu viel Hop drauf. Also hier muss man auch wieder sehr vorsichtig an dem Hop-Up-Einstellrädchen einmal vorgehen. Das Einzige, was ich eben nicht verkehrt finde, dass eben das alles schön straff läuft und sich dementsprechend der Hop selbst nicht von alleine verstellen kann. Aber wie gesagt, die Hop-Up-Kammer selbst, schade, hätten wir auch definitiv etwas optimieren können. Gut, aber wie gesagt, mir sind keine anderen Hop-Up-Kammern bekannt, die es gibt, die da reinpassen. Vielleicht kennt ihr irgendwas, dann dürft ihr gerne mal eure Meinung dazu ins Kommentarfeld hauen. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Ding wieder zusammenbringe und dann sehen wir uns abschließend zum Fazit. So Leute, jetzt muss ich doch noch einen Punkt hinterher schieben, der wirklich wichtig ist, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn ihr diese Gearbox wieder zusammenbaut, achtet auf die Kabel. Mein Gott, ist das grausam. Ihr habt hier ja diesen ewigen Kabelstrang, diese zwei Minus-Kabel, einmal dieses Ansteuerungskabel, das Plus-Kabel. Die laufen ja komplett von hier vorne, von dem EFCS-System über die Gearbox oder durch die Gearbox durch, bis hier hinten raus. Und da habt ihr für diese Kabel-Extras wie so eine Art Kabelkanal oder so eine Kabelführung innen drin. So, diese Kabel sind aber relativ dick, bedeutet, die passen da wirklich mit Ach und Krach in diese Führung rein. So, und wenn ihr jetzt nicht aufpasst und ihr macht die Gearbox zusammen, dann merkt ihr, irgendwie da fehlt noch ein Millimeter. Dann müsst ihr wirklich gucken, dass ihr die Kabel da richtig sauber einmal in diese Führungen hier hinten und auch hier, wo sie rauskommen, einmal sauber reinlegt. Ich bin jetzt hergegangen mit einem kleinen Schlittschraubendreher und habe dann ein bisschen rausgehebelt, das Rode ein bisschen rüber gedrückt. Genauso dann hier, bis die Gearbox dann letztendlich komplett einmal 100% geschlossen hat. Und das aber auch ohne Gewalt oder so. Gleichzeitig, wenn ihr die Kabel dann nach hinten durchzieht, bevor ihr die Gearbox wieder montiert, müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die Kabel ein kleines bisschen auf Spannung bringt, also minimals ein bisschen ziehen. Die dürfen im inneren Bereich von hier vorne bis hier hinten dürfen die nicht durchhängen. Ansonsten liegen euch die auf dem Spörgear auf. Wie gesagt, die laufen dann komplett über dem Spörgear, laufen die Kabel drüber. Wenn ihr aber jetzt da ein bisschen Luft drin lasst und die hängen vielleicht ein bisschen durch oder haben irgendwie halt so eine kleine Biegung drin, dann schleift euch die Isolierung auf dem Spörgear. Also hier hinten quasi ein kleines bisschen dann auf Spannung bringen, damit die wirklich Kerzen gerade übers Gear einmal drüber laufen. So, und dann zusammenschrauben und dann sitzen die eben sauber drin. Wie gesagt, dann werden sie auch hier ein kleines bisschen gedrückt und haben eben kein Spiel mehr oder so drin. Aber wie gesagt, das Ding wieder zusammenzubauen, mit dem Kabel hier zu verlegen, das erfordert ein kleines bisschen Übung. So, jetzt mache ich weiter und dann hoffe ich mal, dass es keine Unterbrechung mehr gibt. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Video einmal zur geupdateten S&T, T21 bzw. T21 und wir sprechen wieder mein ganz persönliches Fazit durch. So, ich werde das Fazit auch wieder in Zusammenfassung aufbauen für die Zuschauer, welche eben nicht so viel Zeit für das ganze Video haben. Beginnen wir bei den Pluspunkten. So, zunächst mal den ersten Pluspunkt würde ich geben. Ausgefallen bzw. exotisch. Wir haben hier keine AR-15, wir haben kein M4, wir haben keine SR-25, sondern wir haben eine T21. Geschmackssache vom Design. Aber wie gesagt, was ausgefallenes, was exotisches, würde ich definitiv mal einen Pluspunkt geben. Auf Nummer 2 EFCS und MOSFET-System. Speziell für dieses Modell einmal von Begadi konstruiert oder entwickelt. Finde ich klasse, dass eben auch hier Wert darauf gelegt wird, solche ausgefallenen Modelle ein bisschen technisch voranzutreiben. Das ging schon bei der P90 los, dann die M14, auch EFCS, MOSFET und jetzt sogar ein extra EFCS für die T21. Und das finde ich eben klasse. Dementsprechend auch hier großer Pluspunkt EFCS und MOSFET in einer T21. Nächster Pluspunkt habe ich euch gezeigt für das Schnellwechselsystem. Ganz easy hinten über die Schaftkappe mit dem Pin direkt einmal zu erreichen. Und ihr könnt das Modell in 2-3 Minuten für euer Spielfeld anpassen. Und das Ganze eben auch sehr benutzerfreundlich. Bedeutet, ihr müsst kein großer Bastler sein. Ihr müsst einen Schraubendreher halten können. Das wird jeder hoffentlich hinbekommen. Dementsprechend, wie gesagt, flexibel einsetzbar aufgrund des Federschnellwechselsystems. Spielt ihr es denn mit 1 Joule oder spielt ihr es mit 1,8 oder 1,9 Joule, ist euch überlassen. Es ist mit dem System und aufgrund des Federschnellwechselsystems eben alles möglich. So, den nächsten Pluspunkt gebe ich auf die Internals, denn diese sind zunächst mal brauchbar, würde ich sagen. Also das ist in Ordnung für eine kniffte Out of the Box. Sie sind haltbar, sie laufen anständig, ihr habt keine großen Toleranzen drin. Und eben jetzt auch die Nozzle von Begadi direkt geupdatet zu einer guten Aluminium-Nossel mit zwei Ohrringen. Finde ich einfach klasse. Und dementsprechend Motor, Internals, Ansprechverhalten, ganze System, wie gesagt, brauchbar. Nur eben Zylinderhead, habe ich euch gezeigt, der liegt nicht zu 100% vorne an der Gearbox oder an der Shell an. Da würde ich vielleicht irgendwann mal einen, so einen blauen Begadi reinmachen oder irgendeinen halt mit Langlöchern, mit so einem Puffer-O-Ring oder so einer Pufferfläche vorne, FPS oder was auch immer ihr wollt. Auf Dauer, wenn ihr 1,9 Joule spielen wollt, damit würdet ihr einfach die Gearbox ein bisschen schonen. Spielt ihr das Ding so, wie sie kommt, von mir aus 1,4, 1,5, 1,6, dann lasst das Zeug so drin, es funktioniert. Also Internals Motor, Pluspunkt. Letzter Pluspunkt, das splitte ich wieder auf. Nächster Pluspunkt und letzter Pluspunkt ist einmal Thema Bucking und Tensioner. Auch hier funktioniert das Ganze mit 0,3 und 0,32 Gramm BBs schon mal wirklich sehr, sehr gut. Bedeutet auch hier eher wieder für schwere BBs einmal ausgelegt. Und sind wir ehrlich, die meisten von uns spielen einfach 0,3 oder 0,32. Dementsprechend, damit kommt das Hop-Up super zurecht und dementsprechend Pluspunkt, Bucking, Tensioner Kombination. So, wenn wir jetzt gerade schon sind, geht es weiter mit den Neutralpunkten. Ein kleiner Neutralpunkt ist leider die Hop-Up-Kammer selbst. So, diese ist zunächst einmal zu nichts anderem kompatibel. Bedeutet, ihr seid leider darauf angewiesen, diese Hop-Up-Kammer zu verwenden. So, dann habe ich es euch auch ebenfalls gezeigt. Das ist so eine alte Hop-Up-Kammer mit dem Rädchensystem seitlich dran. Kein Rotary und lässt sich auch relativ schlecht einstellen. Bedeutet, sehr, sehr schwergängig vom Rädchen her. Und wenn ihr dann ein bisschen zu acht drückt, dann bekommt ihr wieder einen Überhop drauf, wollt ein bisschen zurück. Ja, es lässt sich einfach nicht so fein justieren. Dementsprechend Neutralpunkt, gesamte Hop-Up-Kammer veraltet. Gut, ob es aus ABS ist, sei mal dahingestellt. Aber halt auch zu nichts kompatibel. Finde ich ein kleines bisschen schade. So, der nächste Pluspunkt ist heute leider ein bisschen die Verarbeitungsqualität. Habe ich euch bei der Nahaufnahme gezeigt. Kunststoffqualität hier oben, nicht 100% bündig. Hier unten ein kleines bisschen minimal Spaltmaß. Und auch, dass die ganze Abdeckung hier oben ein Millimeter... Gut, es ist wirklich nur ein Millimeter. Es ist Meckern auf einem hohen Niveau. Aber das haben wir einfach qualitativ schon besser gesehen. Und auch der gesamte Kunststoff, der ist von der Haptik und sowas, von der Oberfläche, ist er wirklich klasse. Er ist aber im Vergleich zu anderen Polyamid-Kunststoffen einfach ein bisschen weicher oder hat einfach weniger Glasfaseranteil drin. Bedeutet, ihr könnt den ganzen Schaft minimals ein bisschen zusammendrücken und dann knarrt es auch an manchen Stellen ganz, ganz leicht. Also wie gesagt, ein bisschen mehr Glasfaseranteil, dass das ganze Modell vielleicht ein bisschen steifer wird in sich. oder einfach von der Konstruktion vielleicht noch optimieren, wäre vielleicht besser gewesen. Dementsprechend kleiner Neutralfunkt. Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, aber die Verarbeitungsqualität nicht ganz so perfekt wie beispielsweise die UST45, welche ich vor zwei Wochen im Video hatte. Wie gesagt, lauter so minimale kleine Schnitzer drin. So, nächster Neutralfunkt ist der Abzug. Das habe ich euch schon gezeigt. Den kann man ein kleines bisschen optimieren. Man sollte sich aber definitiv auskennen. Sonst kann man ganz schnell das EFCS kaputt machen. Aber standardmäßig war der Abzugsweg erstmal ellenlang. Würde mich nicht so arg stören. Aber aufgrund des Bullpup-Systems und dass das ganze Abzugssystem in sich, in diesen ganzen Hebelchen und in der Stange überall ein kleines bisschen Spiel hat, ist auch der Abzug nicht wirklich definiert. Bedeutet, ihr zieht mal 8 mm, der Schuss bricht. Beim nächsten Schuss zieht er dann auf einmal 10 mm und der Schuss kommt immer noch nicht. Dann müsst ihr nochmal weiterziehen. Also er ist immer ein paar Millimeter versetzt, habe ich zumindest das Gefühl. Oder kam mir zumindest so vor. Normalerweise, wenn man da mal 5, 6 Magazine durch hat, dann merkt man einfach mit dem Finger, ja, das prägt sich einfach ein. Wo löst der Schuss oder wo bricht er? Wie muss ich ziehen? Und das war hier nicht ganz so einfach. Also hier war es ein bisschen undefinierter. Dementsprechend ein kleines bisschen Spiel im Abzug. Und Abzug dementsprechend nicht ganz so direkt wie vielleicht bei anderen Systemen. aufgrund des Bullpup-Systems. Also auch hier ein Neutralpunkt. So, und jetzt habe ich leider noch einen Kritikpunkt mir notiert. Das habe ich auch bei ARIS immer kritisiert und werde ich auch heute dementsprechend mit aufnehmen. Die Gearbox, die hier drin ist, ist eine spezielle T21 Gearbox von S&T. So, und jetzt schaut ihr mal, wo ihr da Ersatz herbekommt. Also ich habe keine gefunden. Ich werde später mal noch Begadi anschreiben, ob die irgendwie was nachbestellen könnten oder ob sie irgendwann mal eine reinbekommen. Weil aktuell sieht es so aus, nehmen wir mal an, ich spiele das Ding out of the box mit 2 Joule und mir reißt irgendwann die Shell. Dann bekomme ich zum aktuellen Zeitpunkt keine Gearbox-Shell her. Weil eben speziell. Das habe ich euch, wie gesagt, bei ARIS auch immer angesprochen. Wenn irgendwas speziell ist und man keine Ersatzteile bekommt, das finde ich nicht in Ordnung. Also hier, wie gesagt, Gearbox-Shell Ersatzteilversorgung. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich werde Begadi mal anschreiben, ob die vielleicht mal ein paar her tun können, dass man da auf jeden Fall was hat. Wie gesagt, nur ein kleiner Neutralpunkt. Aber zusammengefasst 390 Euro Preis-Leistungs-Verhältnis mit der aktuellen Wirtschaftslage, zwei Magazine, EFCS, MOSFET, würde ich dennoch sagen, sie ist noch in Ordnung. Wie gesagt, sie ist nicht wirklich günstig. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man muss es sich jetzt unbedingt kaufen, weil der Preis ist unschlagbar, aber der Preis ist gerechtfertigt für das System, was man bekommt. Würde es ja jetzt 420, 430 kosten, hätte ich gesagt, nein, definitiv nicht. Ist ein bisschen zu teuer aufgrund der Verarbeitungsqualität oder aufgrund der Toleranzen eventuell. So Leute, das soll es gewesen sein. Möchtet ihr zu diesem Review irgendwas ergänzen, weitere Informationen, spielt ihr so einen Kasten schon lecker. Jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Selbstverständlich ebenfalls, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ich etwas nicht angesprochen habe, auch dann Kommentarfeld nutzen. Hat euch dieses Video gefallen? Natürlich Like, Abo, unbedingt Glocke aktivieren und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich immer mega drüber freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020